Und willkommen zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, O'Konos und Nuclele, Part 41 von Nightmare 614. Im düsteren Wald auf der Suche nach Celebi, glaube ich. Oh, yay. Mann, das war ja noch ein weiter Weg, nicht wahr, Chico? Ach, ist das schön. Hier können wir nochmal picknicken und die schöne Aussicht genießen. Also Leute, mögt ihr grau? Also wenn nicht, dann weiß ich jetzt schlecht. Ist das, ist das so, was in dem Celebi sich aufhalten soll? So ist es, es war hier irgendwo, als ich es das letzte Mal traf. Irgendwo, ja, solle Ortsbeschreibung, wirklich, ja. Aber falls auch Schattenjagel diesen Ort kennt, dann am A-Hash. Dann wird Celebi von ihr geflohen sein. Wenn die Sorte unseren Verfolgen jedoch nicht bekannt ist, dann sollte Celebi noch hier sein. Hallo, Celebi? Ich bin wieder da! Oh, fuck, nicht der! Ich bin es, Reptane! Zeig dich, falls du hier bist! Hallo? Jemand da? Es zeigt sich nicht. Wurde es von Schattenjäger verscheucht? Was wäre, was wäre, wenn es von Schattenjäger gefangen genommen würden? Äh, 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 Passt, ähm, gefangen genommen? Äh, wo kommt diese Stimme her? Aus deinem Kopf? Irgendwann ist das bei mir, äh, hey. Aber jetzt höre ich nichts mehr. Diese Stimme, habe ich mir das eingebildet? Haha, das war keine Einbildung. Ich? Gefangen genommen? Das war eine Beleidigung. Gefangen genommen? Unmöglich, das steht fest. Hi! Wir haben uns doch eigentlich nicht gesehen, meine liebe Wife Jane. Ja, es ist eine Weile her, Celebi. Äh, was? Dieses kleine Ding ist Celebi? Ja, äh, Genius. Sinfa. Sie ist deinem Charmer legen. Das merkt man doch, ähm. Sie ist aber wirklich unverschämt. Die Ungezogenheit, sich über meine zähllichen Proportionen lustig zu machen. Äh, tut mir leid. Ich habe gehört, dass du dir Zeit durchqueren kannst. Deswegen erwartete ich, dass du ein, äh, wie ungehobelt. Man sollte mir jemanden aus deinem Äußeren beurteilen. Aber ich vergebe dir. Schließlich, nun, du fühlst mich bestimmt niedlich und außergewöhnlicher als erwartet. Hihi. Ähm, ja. Celebi, ich brauche wieder deine Hilfe. Ich weiß, dich hier zu sehen, meine liebe Worte, berät mir alles, was ich wissen muss. Du wirst zurückkommen, weil deine Mission der Vergangenheit gescheitert ist. Weil deine Mission... Mission, genau. Weil deine Mission der Vergangenheit gescheitert ist, ja? Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass du es dieses Mal schaffst. Ich habe langsam genug hiervon. In dieser Dunkel und Prost, wo es wert zu leben ist, nämlich deprimierend. Tut mir leider keine Zeit für Schwätzchen. Die Zubiris verfolgen uns. Wer will nicht bald gehen, handeln wir die Ärger ein. Hihi. Nicht weiter tragisch. Kein kurzer Beunruhigung. Lass diese Zubiris nur kommen. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Bin jeder so nett wert, die Leben des Militens aufzuhalten? Das wäre ganz toll. Es würde das Elend dieser Welt der Dunkelheit ersparen. Mein lieber Worte, in diesem Ziel werde ich mein ganzes Leben widmen. Alles klar. Wo ist der Zeittunnel? Ja, steht bereit. Er ist hier in der Nähe. Das Zeittunnel liegt auf einer Hochebene über diesem Wald. Das ist gut. Kannst du uns dorthin führen? Ja! Wollt ihr alle drei den Saturon verwenden? Ja, so ist es. Oh! Was ist das? Das! Dein Freund! Meinst du mich? Was? Was? Nein, das kann nicht sein. Hä? Stimmt ihr was nicht, Salibi? Nein, das ist nichts. Miep, miep. Nun dann, wollen wir auf zum Zeittunnel. Yay! Yay! Hey, Reptain, was ist denn dieser Zeittunnel? Der Zeittunnel ist ein Portal, das Salibi für Zeittreisen verwendet. Es ist ein geheimer Gang über mehrere Dimensionen. Für kurze Ausflüge kann ich alleine durch die Zeittreisen. Aber für große Reisen, die mehrere Generationen umfassen, muss ich den Zeittunnel verwenden. Oh, also werden wir durch diesen Zeittunnel gehen. Ja, dann könnt ihr in eure eigene Zeit zurückkehren. Yay! Oh, ich kann ihn sehen! Also ich sehe nur... Grau. Da ist der Eingang, der zum Hochebenen hinauf wird. Jetzt haben wir das Ganze da oben. Gut, wir brechen auf, sobald wir fertig sind. Also, Plimper, ich sehe, was du siehst. Und das ist... Grau. Dann wir Spockern suchen. Oh, ähm... Ich wollte in den Kagama spechern... Ah. Äh, äh, das habe ich nicht fest. Speichern! Jupp. Ich bin nicht scharf, noch die ganzen Dialog noch normal zu machen, obwohl diesmal was fest ist ohne Rückblenden. Oh mein Gott, ein Dialog und Rückblende! Was ganz selten ist! Ein nervürdiger Moment. Gespeichert! Okay! Seid ihr alle bereit? Jupp. Gut, dann gehen wir jetzt. Wir müssen uns auf den Witz im Zeittunnel machen. Gehen wir. Yay! Eins von den Lieblings-Teams von ganzem Spiel. Und hallo, was machst du denn hier? Oh, fachfachter Knopf. Ja, ganz toll, Knopf. Geht doch. Jo, äh... Items. Da hast du. Und... Und... Ah, da ist er. Nein. Oh, yay, Treppe! Das fängt sich schon mal gut an. Und jetzt will ich mich auch umherählen. Ich sehe schon drauf. Äh, oh, nee, noch nicht! Yay, noch eine Treppe! Und... Du bist keine Treppe! Du bist doof! Los, Blimpfer! Mach's kaputt! Oh, endlich, was du so schaffst! Äh, fein gemacht Blimpfer! Brava, Pinguin! Ach, wie sie denn wohl pickt! Guck mal her! Äh... Ne, 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 der fällt doch auf! Dammit! Ach, wie süß! Steher! Becken! Er du mich auch! Ah, vielen Dank! Aua! Geh, Beck, da! Geh doch! Meine Güte! So, ich vergesse, was ich sagen wollte! Du bist wohl pick! Ah, Bale! Oh, yay! Durchbruch! Habt ihr sie schon? Hm. Liegt der auch überall rum? Äh, oh, hi! Na, wie geht's! Äh, das bringt jetzt bald nicht so viel von meiner Taten her! Ne, die sind jetzt Schauflein! Dankeschön! Och, wieso kann ich die beiden nicht im Team behalten? Die sind toll! Na, oh, okay! Und, oh, äh, hi! Kostet du drei Zelle B? Das ist gut! Auch geschafft sie! Denk ich! Hi! Wo geht's? Such dir noch Seiten! Ja, das würde ich auch immer sofort ein Debatte machen! Was kommt schon, Schiefchen? Außer die Tatsache, dass man vielleicht von einem gesichtslosen Typen verfolgt wird! Obwohl, er will ja ihm ja noch seine Brieftasche wiedergeben, ne? Hoffe ich doch! Oh, fuck! Hi! Fynn-Fahr! Du übernimmst! Okay, ich mach! Ja, das bringt jetzt viel Zelle wie! Au, alter Schwede! Ah, hier, tuf's da! Ich hab's vergessen! Ach, da! Hehe! Ach ja, fallen! Oh, Gott! Tschüss, wenn wir noch... Hä? Achso! Wenn wir noch so ein Ding treten, werden wir in einem Monsterraum, ist alles, was mit IT ist, wenn man sie gerade einsammeln will! Yay! Und Wulpix schlafen lassen! Dankeschön! Nein, vor die Purma! Hallo! Und tschüss! Wer dich gekannt hat, so haben! Und sag das! Okay! Hinterher! Hi! Aua! Renne! Okay, er ist gar nicht mitgegangen. Also, letzter Raum in der Ene. Toll. Können sie da auch nicht gewesen wäre. Das wär fail. Komm, wir nur von der Aua! Ey! Ich bin ernst, wenn ich hier ruck zukiemen darf! Ruck zukieb! Damit. Das war so klar. So, halt eben voll, voll. Voll, voll geht immer. Einfach als Niederbrennen. Okay, ich hab hier jetzt zwei Pflanzenfokonatien. Das wäre vielleicht nicht so toll, ähm... Ach, ich hab's recht. Oh. Mein Bläbersam. Mein Fläersam. Hm. Und schon wieder am Anfang. Yay! Es hat sich gelohnt! Und sag das auch, wie schön. Na. Wo war ich denn? Ja, da rum! Folgt mir, Team! Dammit. Hi. Aua. Dammit. Geh weg! Äh! Dankeschön. Oh, hallo! Aber dich kann ich noch verbrennen, oder? Das wird wehtun. Au. Alter, geh weg! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! W f- Ah! Seulurg, dunballend! Ah! Fuck! Keinfoodieber, Sanfte,ㅋㅋㅋㅋ Das geht auch! Alter Schwede. Idiot. Das ist unhöflich, weißt du das? Wir wollen nur zurück in unsere Zeit. Ist das zu viel verlangt? Oh, äh, Öpfel. Äh, viele Öpfel. Au, 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 wieso mich? Äh. Wenn man schon mal hier ist. Oh ja, konnte ich aufnehmen. Ähm, Boden essen. Nom, 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 nom. Und? Yay! Nom, nom, nom. So viele Farben. Nein! Oh, war Katja, komm. Das war's auch nicht. Du! Ein Flair-Sarm! Äh, Mann, oh. Das war gemein. Soll ich denn sonst eure Gegenwart ertragen? Ich meine, die Tatsache jetzt in der Zukunft zu sein. Äh, ich bin doch gern bei euch in der Nähe. Äh, der, 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 ist doch klar. Aber, dass das so zu gibt. Das so zu gibt. Hier so passiert es immer dann. Mann! Oh, wow. Vielleicht drei verdienen. Sie vermehren sich! Oh, Gott! Sell-Teilung. Ich sag's euch. Oh, schön. Auf. Yay. Toll. Oh, so geht. Das ist immer besser. Ich kann's doch nicht gut. Ich kann meinen Flair-Sarm besser machen. Äh. Was heißt? Rache. Celebi. Rache! Für meinen Flair-Sarm! Okay, ich möchte die doch nicht im Team behalten. Ne, die, die, die. Ich kann meine Flair-Sarm nicht genießen. Ne, die, 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 die. Weg, Kusch. Ne. Ne. Flair-Sarm. Es ist der Taramarsch. Vielen Dank auch. Höh. Nein, Flair-Sarm geht's auch nicht mehr. Naja, die eine Sekunde, wo es gewählt hat, war es doch schön. Nein! 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 Verdammt! Wieso gibt's hier so einen Stürmer? Es ist für sich der Wald. Na! Aufh. Ficken. Ich hasse diesen Dungeon. Ach komm schon! Aua! Nein! 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 Csalebi, Du verdammst! Soot! Ich hab Wecket. Okay ich hab mal welche. Oh Gott, hier. Geh im jetzt Dungeon! Go, Selebee! Mach's fertig! Wenn ich noch war, ist der, okay. Äh, wozu geht kann ich noch? Los, Selebee! Oh, geht doch. Aaaaaah! Sandsturm! Kleines Stück. Kleines Stück! Wir sind fast da, Team! Fast da! Aaaaaaah! Ja, ja, ja! Ja! Oh! Normales Wetter? Normales Wetter? Dankeschön! Wieso gibt's da Sandstürme? Das ist so... Nimm, ne, ne, hä! Das ist echt ne, ne! Äh, äh, hä? Äh, keine Mackey-Beer-Attacke, äh... Hi! Oh, dammit. Oh, dammit! Naja, was? Ich hab ganz wild eben so. Au! Das ist nichts effektives, man hat sogar auch nicht Schaden. Noch ein Apfel. Also, Funga wäre schon mal nicht. Nom, nom, nom. Weil ich mich und erfrag, wie das hier wachsen kann, wo doch alles erstarrt ist. Aber, okay! Fuck logic! Macht Sinn! Oder in Welt an Sandstürme. Wirklich ganz toll. Schön ist, was ich mir nicht vorstelle. Dann müssen wir noch ein Haufen Pfeil dazu. Herr Wetter. Das ist schön verwinkelt. Das muss auch sein. Dann noch ein Haufen Monsterräume. Und halte ich Pfeil schon erwähnt. Die müssen auch rein. Und dann startet Apple in Schleimkost. Das ist auch not. Das ist perfekt. Schauflag, kann er schon. No! No! Diese Zeit ist kacke. Wir drücken unsere. Hier, es ist eine Sackgasse. Dann dreh ich durch. Ich will hier raus. Linfa! Tu irgendwas! Ah! Das ist ein Scholler! Äh, ein Scholler? Ja, ein schöner zum Schlafen, du! Perfekt! Nimm Pfeu, Pfeu! Nimm Pfeu, Pfeu doch nochmal! Pfeu, Pfeu! Das willst du nicht? Jeder kriegt wie Pfeu, Pfeu! Ich will dir alles niederbrennen. Den ganzen dämlichen Wald! Ah! Ach, verfick. Nein, Pfeu! Nein! Was ist da? Ah! 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 Goddammit! Hab ich schon mal erwähnt, dass ich diesen Dungeon hasse? Sehr! Momentan! Muss auch los machen! Also das war Let's Play Epoch! Wo bist du den Dungeon? Dann kommst du nur gleich. Pat! 41! Hab ich schon mal erwähnt, dass ich diesen Dungeon hasse? Also wegwärts, komm! Der Dungeon ist doof! Ich hasse ihn! Hab ich schon mal erwähnt! Miep miep! Ich bin schon mal erwähnt, dass ich den Dungeon versagt, der Dungeon